Oder ziehen wir Leben? Oh, jetzt muss ich warten, bis das ausläuft. Dann kann ich mich heilen. Dann heile ich mich am besten nochmal. Ich benutze Berserk. Das ist ein Hinterhalt. Stand halten, Männer. Wir werden angegriffen. Die Linien müssen halten. Und ja, der schummelt. Wir werden angegriffen. So, kann ich mich heilen? Und ja, das hier wird auch eine Weile dauern. Runenkrieger, zu mir! Wir werden angegriffen. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Aber scheinbar hat unser Schwert auch Live-Leach. Jedenfalls eine Chance zum Live-Leach. Oder höre ich mich da gerade? Ja, Effekt, Effekt, Lebensraum. Ja, Effekt, Lebensraum. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Runenkrieger, zu mir! So, der nächste. Ja, der eine soll mir reichen. Stand halten, Männer! Vorsicht, Gegner! Was hat den wirklichen Schaden macht, ist hier Live-Leach und die Tatsache, dass sie... meine Heilung blockieren können. Runenkrieger, zu mir! Ansonsten wäre das verdammt leichte Gegner eigentlich. Vorsicht, Gegner! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Na, komm ruhig her. Ja. Stand halten, Männer! Lehrer, Mann, Mann! Stand halten, Männer! Ich frage mich nur, muss ich jetzt gerade die Schatten, die hier sind, töten, um... ...dann den Stein zu finden und zu entfernen. Das ist ein Hinterhalt! Auch unterschiedliche Zauber auch noch. Runenkrieger, zu mir! Au! Also ja, der eine benutzt Mana Raub, der andere benutzt was anderes Garstiges, was Stabbage macht. Kaum göttliche Heilung... ...und ich sollte mal, damit ich nicht das alles wiederholen muss, falls wir sterben... ...mal kurz speichern. Oh, sie sind schon ein bisschen aggro... Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Und das war wieder ein Mana Raub. Da kommt wieder sein Damaged Zauber. Da kommt wieder ein Mana Raub. Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Und wenn wir den erschlagen, haben wir einen Vorteil. So. Weil der mit dem Mana Raub ist nicht so schlimm. Und die Segnung, die tut auch gut. Die Linien müssen halten! Die Linien müssen halten! Stand halten, Männer! Stand halten, Männer! Jetzt muss mir nur noch einer erklären, was das gebracht hat. Jetzt ist nämlich sowas von nichts, was man anklicken könnte. Das war die Linien für den 弓. Aber ja, wir haben die Schatten besiegt. Aber nichts hier, was man anklicken könnte. Ich denke aber, dass wir die richtige Spur haben. Mal gucken, sind sie vielleicht auch irgendwo in der Festung unterwegs? Klagen die Steine, Festung. Oder wir müssen doch innen rein, weil ich sehe gerade, hier ist eine Wand zum Anklicken. Das heißt, da können wir uns auch mit unseren Helden zusammentun. Die Rune befiehlt, wird sofort ausgeführt. Die hier waren wirklich eine Finto und eine Ablehnung, die Schatten. Hier. Was auch die ganz so schlimm ist. Interessant wird nachher eher die Trickster-Aufgabe im Schattenhain. Ja, vorwärts! Folgt mir! Vorwärts! Der Auf und Tote folgen jetzt Schatten. Und los! Mir nach! Bereit! Und los! Folgt mir! Also, hier in der Festung. Im nächsten Akt, sobald wir ihn anfangen, haben wir einen ganz anderen Gegner. Also Hauptgegner. Es gibt ja auch noch andere Gegner so. Und ja, den nächsten und letzten Akt haben wir ja auch noch gleich angefangen. Hier! Sofort! Schnell! Mir nach! Und los! Mir nach! Schnell! Bis jetzt aber irgendwie keine Schatten. Ein tiefer Spalt zieht sich durch die Wand. Die Spalt hineingreifen. Innern der Wand war ein Kristallverborgene Schattenkristall. Ja, vorwärts! Folgt mir! Sofort! Ja. Der Griff ins Teil später ist entfernt und somit die Machtquelle der Schatten zerstört. Rekord Mord ist im Fall und sein, solltet ihr davon erfahren. Mhm. Mir nach! Bis zum nächsten Mal. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020